Das ist kein Raumschiff, das ist ein Teil der Station. Das ist für mich kein Raumschiff mehr. Warte. Warte, wo bist du? Dann pack das einmal, warte ich mach dir das eben auf, dann pack das mal hier in den Container rein. Obwohl kannst du da auch drin lassen, das kriegst du ja neu wenn du respawnst. Dann schmeiß das in dein Bohrer. Dann schmeiß das in dein Bohrer. Ja. Okay. Danke für die Sachen zum Vorbeibringen. Ja. Wo hast du das her? Hm. Ja. Reden sie weiter. Dann bist du. Hallo. Jetzt kannst du nochmal reden, weil man hat dich eben gar nicht verstanden. Mann, haben dich gerade nichts verstanden. Ja, jetzt hör ich dich gut. Hm. Kein Plan, ob ich das jetzt richtig geschrieben hab, aber auch wurscht. Okay. Dito. Ja, jetzt hör ich dich wieder gut. Ähm, ich beende einmal ganz kurz die Aufnahme und wir sehen uns dann gleich wieder Menschen Zuschauer. Vor allen Dingen du lieber Zuschauer. Bis gleich, hoffentlich. Okay. Hallo Leute. Es geht weiter. Und wir waren hier gerade nur so auf Spaß zum Bohren, weil wir den Dito etwas ärgert wollten. Und eigentlich wollte ich mit den Dito gleich nochmal ein neues Spiel aufnehmen namens Starbound. Ja. Aber der ist jetzt verabredet mit einem Kumpel. Das hat er mir vergessen zu sagen. Leider. Und deswegen fliegen wir mal zurück zu unserer Station. Natürlich mit Innenansicht. Okay. Das ist langsam nah genug. Oh. Oh. We Ideen gibt es noch einen Sch pigeon sofort hin. Und da bin ich mit. Okay, kurz einparken. Und fertig. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. So, dann gucken wir nochmal kurz in den Assembler. Hier ist also Kran. Und vor allem Asium. Und das hier wird jetzt eingelagert. So. Ganz bisschen Magnesium noch, so ein paar Kilo. Oh, Eisen. Oh, Kacke. Nickel, Magnesium. Eisen. Wird kurz noch verarbeitet. Geht ja, wie gesagt, ziemlich schnell. Okay, ist wieder so ein paar Tonnen. Oh, hier ist noch Eisen. So. Wie gesagt, hier ist noch Eisen. So. Also Eisenherz. So. So. Noch mehr Eisen? Will der mich verarschen? Hä? Äh? Äh? So, weil der hier voll ist. Okay. Ich verstehe. So. 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 ok so jetzt wird aber eingelagert not from on sich von keys An der Station würde ich ja gerne weiterbasteln, so ein paar Solarfelder, vielleicht noch. Ach, ich weiß auch nicht, weil wir haben ja so viele Sachen noch übrig, aber nun ja, das werden wir wohl in der nächsten Folge oder so erfahren, vielleicht bin ich auch wieder mitten in einer drin, wenn nicht, ich verabschiede mich einfach mal und wir sehen uns vielleicht gleich direkt wieder oder vielleicht morgen. Oder übermorgen oder in einem Monat. Auf jeden Fall sehen wir uns hoffentlich wieder. Ich zwinge euch dazu, nein Spaß. Okay, äh, ciao. Outro 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017